Jetzt kommen wir auf Schönberg zu, im Kreisherz unter Blauenburg. Ja, noch ein bisschen Schnee, dann vor einigen Tagen geschneit. Heute ist der 20. Dezember 2012, da wird noch Milch abgeholt. Den Milchbetrieb für wahrscheinlich, oder sind das Siegen? Ob die das auch so handhaben, weiß ich nicht. Siegenmilch geht auch, hab ich auch mal getrunken. Ist so strenger, aber geht. Hier ist Schönberg, das sieht nicht so schön aus. Landwirtschaft im Ort. Da ist natürlich schon ein bisschen alt und so ist es normal, aber nicht benutzt. Hier. Was ist da denn? 30 Fahrten los hier. Das Schuhhaus. Spezialschuhe. Nehmt der Schuh zurück. So, jetzt fahren wir links rum. Wir wollen Richtung Sandes nehmen. Das war's auf Schönberg. Und Tschüss. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.